...eine Mannschaft in der Bundesdeutschen Profimannschaft mitgefahren hat. Eine Büße, der Kontrahent von Manfred Jäger in den 80er Jahren, ganz erfolgreich zweifacher Europameister im Kampf mit unserem Z-Mann. Dahinter dann die 134, ein alter Freund im Schubau, ich habe ihn gestern gefragt, wie lange er kommt, der weiß es nicht. Wir haben geschätzt, mal gut 15 Jahre sind es mindestens, Michael Schäfer aus Utenheim, Stadtnummer 134. Die Front Roller, Massimo in der Front Roller. No, es ist gut. Ich bin hier in der Front Roller. 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 Die stand bis an den 1er an F Die Bahn vom BHT-Jetzel-Wildach unterlegt. Willkommen für alle Führer und Kulturbauten. Die Luftfahrt der Anlage mit 2.0 in den Raum und 2.0 in den Raum. Wir haben eine Kulturbauten. Wir wollen den Glocken. 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 Der meiste Six-Sein geht zu Peter! Jurchen! Servus! Tschüss. Tschüss! Hi! Tschüss! Tschüss! Gut, was weißt du? BE 400? Gut. Werksbodenmarkt. Das glaube ich auch, ja. Das war jetzt gut, dass es heute noch ein bisschen geregnet hat. Ja, das soll um 18 Uhr erstreckt losgehen. Okay. Mit Schwitter und was weiß ich. Ah, okay. Okay. Na gut, wenn es heute Nacht regnet, dann wird es morgen Gewaltboden, ja? Ja, dann wird es richtig gut. Und wir haben eine neue Auffahrt drauf, mit so Nemo-Nüsseln auch. Oh! Muss äußerst glücklich. Muss gut, dass sie einen neuen Räufen drin haben. Ja, genau! Und 400 Räufen! Und 400 Kubik! Waaah! Kahl ist da drin? Ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe ihn schon begrüßt. Ich habe ihn schon begrüßt. Es wird gesucht, ein großer Schraubenzieher. Ein Flachschraubenzieher für Sechser-Schrittschrauben. Also ein großer Schraubenzieher wird gesucht. Ja! 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 Ist er denn verloren?